Mit der Brille auf der Nase kommt ein Mann an, nicht nur wenn es sich um Frauen handelt. Auch im Geschäft hat er und in der Politik Glück, weil sie sein Erscheinungsbild verwandelt. Wer unentschlossen wirkt, belanglos oder damisch, wirkt plötzlich aufgewählt, gescheit und hochdynamisch. Mit der Brille auf der Nase geht ein Mann an und erreicht, was er sonst nicht erreichen kann. Jedoch man sollte seine Brille variieren, weil jeder Typ ein anderes Image bringt. Am besten ist, wenn sie sich ständig informieren, was man so unter Prominenten trägt. Mit der Brille auf der Nase kommt ein Mann an und die Gründe, meine Herren, nicht wahr, du sind doch klar. Mit der Brille auf der Nase geht ein Mann ran und erreicht, was er sonst nicht erreichen kann. Ja und Mann, Mann, schaffen sie sich eine an.